es klingelt in der tür ja echt wer ist das mitten in der nacht weiß gar nicht wie spät das ist jetzt muss ich mich erst anziehen nehmen wir mal ihn hier so tür auf hat trinken oh man muss ich fahren natürlich ich darf natürlich fahren wer auch sonst das kament die tot ist wachstuhol ja mal bitte ich weiß dass man das damit zu tun hat und ich mache mich saugen dass wir den resten und hier ja auch was passiert das wird nicht davon ja also wo das da reingelieft tut mir leid was gegen den reingelieft Ja, aber er hat gekriegt, dass er verdient hat, oder? Ja, er hat so bereits gesagt, dass man ein Klassiker hat. Aber es ist ja nicht so, wie er kommt, oder? Soll es ein wenig bei uns einsteigen? Ja! Aber er war ja nicht so. Das ist vielleicht ein gutes Wort für mich ein Leben. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja wirklich gut. Ja, das ist ja wirklich gut. Ja, das war's gut bei dir. So, der Traum ein halber Bekanntenkreis unbedingt, oder? Ja, diese Geschichte in dem Hotel, ja, überweist du dich zufällig? Ja, aber das ist Hallowich. Immer schön. Das ist ja so, wo wir damals auf dem Podcast gleich gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist ein bisschen mehr da. Das ist ein bisschen mehr da. Das ist ein bisschen mehr da. Das ist das. Das ist ja egal. Das hätte ich mit all meinen Freunden gehabt. Das ist ja auch so. 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 Das ist ja so. Das ist ja wichtig. Ich hoffe, ich habe mich schon deaf. Jetzt bin ich halt weiter. Ja, ob ich es sicherlich hatte. Nein, ich kann HIS K cocke mal einfach nicht mehr Ellen sleepちゃ Und was wir wiederkommen, dass es noch nicht so ist, dass es ein Wohlfälscher der Zeit ist, dass es ein Wohlfälscher ist und es ist auch nicht so, dass es die Umgebung ist. Und das ist es so, dass die Hochschule, die wir jetzt haben, dass wir jetzt die Einwohner, die das in der Zeit haben, dann ist es so, dass wir uns auch noch nicht mehr denn das war, dass wir uns auch noch noch ein bisschen mehr tun haben, dass die Art und der Zeit ist, das war. Ich glaube, es war da, dass wir uns auch noch ja geh doch da weg ich muss da hin die straße zu wechseln hier weg mann hier so ist zwar falsch rum aber ist ja auch egal so was mal reingehen muss ja die tür aufmachen oder wie jetzt toll es geht ja gar nicht und dann doch wohl hatten quatsch das ist ja wohl häufiger in letzter Zeit das ist fast ein wunder war mal ich muss was mit dir besprechen nur wenn es richtig ist ich hätte im moment dinschie aufzutragen wird irgendwas gegen uns im schild und keiner weiß was oder wieso ich muss das ausprobieren wir trotzdem erstmal zu ok schieß los aber mach's kurz die ehemalige krimantie mal abgeschrieben wir wissen ob wir den rest von krimanties mir dann auch noch erstrecken wollen aber das ist gut soweit ich weiß hat der boss im moment nicht in der richtung für es sei denn sie machen irgendwelche dumme wir haben auch für den geplant wo wir für uns arbeiten können ja wer ist mir ein krank von dir denn was wir haben ein paar jobs zusammen erledigt das versteht seine handwerke ok ok er soll mal vorbeikommen tja er wird gerade gehen klatschen schlicht na gut eddie hendry tamestino hendry das ist eddie skater hervorragend ist mr skater meine freunde nennen mich eddie warum selbstsicher nicht also vito sagte würde es gern für uns arbeiten ja ich habe gerade nichts zu tun und das frühere mal reisen zwischen gestern eine kluge einstellung einmal zuerst einmal hätten krimantie und winchie etwas gegen unsere vermüge ok normalerweise halte ich mich bei sowas heraus aber ich war mal mit luca dorino bei lio galanti und luca erzählte dauernd frau zonberry in irgendwelche krummen Geschirr nicht verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte ich schätze er wollte winchie gegen euch aufletzen das ist ein paar extra und wird mit und garantiert selbst wenn man schluss trotz dem dauernd über drohen man weiß genau das winchie was dagegen hat wahrscheinlich hat er den alten angesagt auf diesem punkt will er uns jetzt als leder wir müssen ihnen zu vorkommen wieder mal hey wenn die nicht handeln handelt frank aber erstmal müssen wir gelern zu besetzen wo wir gehen ist franker ledig zu ihnen ich wollte nicht mehr heraus halten oder wie viel sonst keiner anderer sein und nur mal durchziehen kann jetzt würde ich sagen das wäre doch die perfekte gelegenheit für henry mal zu zeigen was du brauchst was sagst du das ja henry sagst du das und was heißt dass ich dann dabei bin na einfach schon das weite geliebt und das ist mit dir vito ich würde mich roler fühlen wenn du henry begleiten würdest damit alles klar bleibt heißt ja nicht dass du selbst an deinem leben musst fahr einfach hin warte bis alles erledigt ist und fahr zurück aber falls das ein problem für dich ist frage ich gern jemand anderen was meinst du tut mir leid er dir ich kann das nicht wenn du beim trast wie ein verraten mehr ja ich verstehe musst du wohl auch wieder verzichten nein hol dir Hilfe den gefäßt aber es darf auf keinen Fall nur der schweiz der verdacht auf uns zwei hier wohnt in heilburg keine sorge wer folgt noch erledigt ok dann mach dich auf die Sorgen bis später gut dass du den hergebrannt hast selbst wenn das vermasselt und keiner uns verdächtigt ich glaub nicht dass wenn wir es vermasselt haben so besser war ne leo ja ok da wollen wir den alten jungen mal warnen gehen auf Wiedersehen Mr. Skaletta ja tschüss ähm wieso ist mein Auto weg ich hab doch recht äh ich hab keine Zeit mach das Scheibe kaputt komm gib Gas ich hab Zeitdruck äh was hat er für ne Karre eh hallo meine Fresse er ist ja wie in Holland und die Karre sehr laut ja super wunderbar genau so muss dort wo ist das laut soll ich mir ein klein bisschen runter drehen sonst platzmeterschädel hier naja Verfolgung von Rasa komm mach dich mal nicht lächerlich ich rase nicht ich war nur zügig geh weg scheiß Taxi und wieder der Bullen am Arsch naja ich häng euch doch sowieso ab naja ja noch einer geh doch weg ist ja eigentlich normal wahrscheinlich die Autos dann da ankommen wo ich abbiegen muss oder sowas also äh das scheiß halt hier bergauf geht er zieht die Karre nicht so richtig mal schon wieder Bullen wie viel Bullen fahren hier rum so ein Stückchen Grünfläche mitnehmen habe ich da gerade eine Rackkappe verloren wäre möglich so aussteigen und hin da Tür öffnen D.O. 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 Ich würde noch einmal sagen Was? Warum denn das? Herr Kohn hat gehört, dass Wünsche gegen ihn vorgehen will, weil Klemente gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Klemente? Wie so? Paul Kohn ist im Drogengeschäft. Jeder weiß nichts. Klemente wollte da unbedingt mitmehren. Darum hat Klemente ihn beseitigt. Erst wenn er sein will, bevor wir das gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich darf noch nicht quälen. Wieso bist du noch mal hergekommen? Wieso nicht? Sag mal, wirst du jetzt den lieben? Sie wollen nicht loswerden! Doch, hör auf, so kurz ist es wie die Kanten und Apfels abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Kinder aus, die Kanten geschickt? Wir sind doch im Vorteil. Die Wecken, wir sind ahnungslos. Das ist unwohl. Ich kann den Bluten. Ich hab eben den Besuch verstanden. Was? Du gehörst da einen Freund doch gern? Nein, nicht direkt. Ich hab keine Zeit, das dir zu erzählen. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Ganz gespürt zu verdanken. Verstecken? Wo? Soll ich mich hier verstecken? Draußen oder was? Wieso ist da keine Treppe am Geländer? Oh man, oh man, oh man. Hast du vielleicht ne Idee? Ich hab nämlich keine. Ich hab nur hier. Bist du gerne? Im Kleiderschrank verstecken. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hey, was war denn da? Hey, Henry, blieb mal. Ist das schon mal? Nein, der will nur sein Sakett aufhängen. Okay, los, raus mit euch. Kommt ihr da drinnen auf auf dumme Gedanken? Der will nur sein Sakett aufhängen. Irgendwann. Da ist noch hier, verdammt. Wer zu finden will, Niohsdorf. Mehr im Gewand ist praktisch was reden, Gerhard. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich muss dir nicht, was hätte ich in der Familie. Ich musste ihn beitragen, das musst du vertreten. Na ja, also du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich nie gelaufen lasse, denn Kaltroniker bin natürlich nicht beschissen und lebt. Wenn, dann würde er dasselbe fertig tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, liebe. Ihr gebt uns geschehen. Wenn ich versage, bin ich fertig. Ich könnte nicht fehlen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du mit Füße in Deutschland gegeben. Ich erkläre das mit ihr. Also keine Sorge. Natürlich. Nioh, hat man erzählt, dass das alles nur wegen Kaltroniker umständen ist. Ja, man stößt gegen die Regeln. Und vielleicht haben wir mit, was da das heißt. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht treffen, sind Frank Rangie und Dioh. Aber die haben mich nicht auf ihrer Lohn festgelegt. Wieso? Vielen Dank für Angst. Aber wie ist es, bitte? Ich möchte ein kleines Gutes reden. Ich bin nicht Gott von Korten. Nur mein Alten, was noch ein Karriere ist. Nein, Lied. Ich muss anders, wirklich. Brüte. 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 Ach ja, so ist das. Traurig, aber wahr. Erstmal, jetzt zieht er. Wut? Mir gefallen. Ah ja. Fahre Lio zum Bahnhof im Dipton. Und wieso sind wir jetzt eigentlich unten? Wir sind doch gleich nach unten gegangen. Ah, okay. Macht nichts. Aber für ein Auto nehmen wir den mal. Da kommen wir diesen, äh, schönen, natürlich. Na, echt? Meine Fresse. Ah, sag mal. Tomaten auf den Augen, oder was? Äh, auch noch. Meine Fresse, ey. Sie sind ja mitten auf der Straße, Mensch. Ja, müsste, äh, irgendwann mal, ne? Ah, das ist echt nicht wahr, ne? Ja, dann fahren wir wieder nach Hause. La, la, la. Okay, haben wir den hier einfach schon mal gerettet. Ist ja auch nicht so schlimm. Mal gucken, wie es weitergeht. Ah. Ach, schon wieder Bullen. Ach, hör auf zu jammern. Ich kann fahren. Siehst du doch, dass ich fahren kann. So, hier. Wird ich in der Garage parken? Äh. Natürlich nicht. Ich. Hey, was macht ihr? Wieso? Was soll ich denn tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nicht wiederfinden. Was ist das? Was ist denn? Inge? Eric. Ja. Warum? Er singt bei uns auch nicht. Er schlägt nicht. Nein. Aber er hat eine andere irgendwo. Ich weiß es. Ja, der schlägt. Manchmal. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. In der River Street. Manerweise ist er drauf. Manerweise ist er drauf. Ja. Hör mir zu. Wenn es dir was er geht, dass du mit uns wirklich reden kannst. Wenn es nicht gut sind, dann bleib ich gut nicht an. Aber das ist es. Gut, bitte. Aber ich muss es tun ihm nichts, bitte. Ich muss es nur an. Ich kreif mich schon nicht zurück. Nein. Ich verpasse höchstens ein blaues Auge. Suche im Apartment an der River Street nach Eric. Tja. Können wir ja mal tun, ne? Wie mal das Auto, was hier steht. Wer ist er denn? Was steht denn da so drin? Empire Times. Schön auch. Ja. Dann fangen wir da mal hin. Na. Ja. Dann fangen wir da mal hin.